Dürfte ich vielleicht... Dürfte ich euch vielleicht eine Weile begleiten? Da mein Heiligenschein beschädigt ist, bin ich nicht in der Lage, meine volle Kraft zu mobilisieren. Und aus diesem Grund kann ich auch nicht zurück in den Himmel. Bitte nur so lange, bis er geheilt ist. Ich weiß, ich verlange da sehr viel von euch. Du sagtest, wenn dein Heiligenschein geheilt ist, kannst du zurück in den Himmel? Ja, genau. Gut, dann lass uns eine Vereinbarung treffen. Du darfst uns begleiten, bis alles wieder okay ist. Und im Anschluss daran begleiten wir dich und du zeigst uns den Himmel. Wirklich? Ist das euer Ernst? Das ist ja wundervoll! Habt vielen Dank! Wieso wollt ihr eigentlich in den Himmel? Weil wir uns fragen, ob es dort oben ebenfalls Bordelle gibt.